Herzlich willkommen! Heute richten wir den Blick auf Madrid. Am vergangenen Sonntag gingen tausende Menschen in der spanischen Hauptstadt und in anderen Städten auf die Strasse. Sie demonstrierten gegen Pedro Sánchez, den sozialistischen Ministerpräsidenten, der seit der Parlamentswahl im Juli eine Koalition zu bilden versucht, um im Amt zu bleiben. Dazu schliesst er einen Pakt mit den katalanischen Separatisten und verspricht ihnen Straffreiheit. Aber für die spanischen Demonstrierenden kommt eine Amnestie für diejenigen, die 2017 die Abspaltung Kataloniens erzwingen wollten, nicht in Frage. Diese bedeutende politische Krise prägte die jüngere Geschichte Spaniens und lenkte die Aufmerksamkeit auf die Frage des regionalen Separatismus in Europa. Die im Norden an die Pyrenäen und im Osten ans Mittelmeer grenzende Region Katalonien ist etwa 32.000 Quadratkilometer groß und liegt im Nordosten der iberischen Halbinsel. Sie macht zwar nur 6 Prozent des spanischen Staatsgebietes aus, aber dort leben 16 Prozent der Bevölkerung und sie erwirtschaftet fast 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. In politischer Hinsicht ist Katalonien eine der 17 autonomen Gemeinschaften, aus denen sich Spanien seit der Verfassung von 1978 zusammensetzt. Dazu verfügt es über ein Parlament mit Sitz in Barcelona, das über den Schutz der kulturellen Besonderheiten der katalanischen Nationalität wachen soll, wie es seit 1979 im Autonomiestatut heißt. Das ist in erster Linie die katalanische Sprache. 2017 war die Katalonien-Krise ein Präzedenzfall in der Geschichte der separatistischen Bestrebungen in Europa. Solche gibt es auch in Schottland, in der Lombardei und in Venezien, sowie auf der dänischen Inselgruppe der Fähröer. Zu erwähnen sind außerdem Flandern, Wales und natürlich Korsika. Am Mittwoch bewarb sich Sánchez im spanischen Parlament für eine erneute Amtszeit. Mit den katalanischen Separatisten hätte er die Mehrheit, aber keine Perspektive für ein gespaltenes Land. Die Justiz, die Konservativen, aber auch Mitglieder seiner Partei sind gegen eine Amnestie für Carles Puigdemont, den katalanischen Separatistenführer, der sich in Belgien der spanischen Justiz entzieht. Soweit zu unserem heutigen Fokus. Bis bald.